Die Mi-163 wurde in der Geschichte der Luftfahrt zu einem der ungewöhnlichsten Flugzeuge. Mitte der 1940er Jahre des letzten Jahrhunderts war dieser unübertroffenen Geschwindigkeit und Steiggeschwindigkeit und überschritt als erster in der Geschichte die 1000 km pro Stunde Marke. Solche herausragenden Eigenschaften wurden jedoch zu einem sehr hohen Preis erkauft. Das Flugzeug war äußerst schwierig zu bedienen und tötete oder verstümmelte ständig seine Piloten. Bald wechselten die Jäger, die die Kapitulation Deutschlands überlebten, den Besitzer. Doch die Eindrücke der Testpiloten in den siegreichen Ländern waren sehr widersprüchlich. Frühe Raketenflugzeuge der 1920er Jahre bzw. Raketengleiter waren mit Feststofftriebwerken ausgestattet. Das Mi-163 Raketentriebwerk lief mit viel komplexeren, ungefährlicheren flüssigen Komponenten. Das Oxidationsmittel oder die Zusammensetzung T bestand zu 80% aus Wasserstoffperoxid. Der Kraftstoff oder Zusammensetzung C war eine Mischung aus Methanol, Hydrazinohydrat und Wasser. Dieser Treibstoff sorgte bei geringem Triebwerksgewicht für größeren Schub. Doch der geringste Austritt von Treibstoff- und Oxidationsmitteldämpfen drohte dem Piloten bestenfalls mit Verbrennungen und Vergiftungen, schlimmstenfalls mit einer Explosion und sofortigem Tod. Die Mi-163 startete von einem im Flug abgeworfenen Trolley und landete auf einziehbaren Kufen. Es gab Treibstoff für maximal 8 Minuten Flug, wobei es 3,5 Minuten dauerte, um die erforderliche Höhe zu erreichen, wo schwere Bomber in 12.000 Metern angegriffen werden konnten. Dann musste der Jäger vorsichtig zum nächsten Flugplatz runtergleiten, in der Hoffnung, dass der Feind seine Hilflosigkeit nicht bemerkt. In echten Gefechten versagte die Mi-163 völlig. Dutzende erfahrene Piloten mussten ab Ende 1943 anstelle von Kampfeinsätzen auf bewährten Flugzeugen das gefährliche neue Produkt kennenlernen, ihr Leben riskieren oder sich sogar davon trennen. Verschiedenen Quellen zufolge wurden hunderte von Mi-163 Flugzeugen produziert, wobei 9 bis 16 britische und amerikanische Flugzeuge abgeschossen wurden und mindestens 6 der neuen Flugzeuge allein durch feindliche Jäger verloren gingen. Dies war das traurige Ergebnis der neuen Wunderwaffe des Dritten Reiches. Nach deutschen Angaben fielen auf dem Fliegerhorst Husum etwa 14 kampfbereite und 12 bis 15 demontierte Mi-163 in die Hände der Briten, während die Briten selbst 24 Flugzeuge zählten. In Großbritannien begannen Testflüge erbeutete Mi-163 im Jahr 1945 und dauerten bis November 1947. Die Flüge wurden von den Luftwaffenstützpunkten Worsley oder Wittering aus durchgeführt. Deutsche Techniker versicherten, dass sich etwa 80% aller Mi-163 Unfälle bei Start und Landung ereigneten. Weitere 15% der Fälle seien auf Brände in der Luft zurückzuführen. Nur 5% der Flugzeuge gingen kampfbedingt verloren. Angesichts dieser düsteren Statistiken beschlossen die Briten, die Mi-163 als Segelflugzeug ohne Motor und Treibstoff zu testen. Wodurch das Gewicht des Flugzeugs um mehr als die Hälfte reduziert wurde. Eine Speedfire Mk9 Jäger fungierte als Zugflugzeug. Nach Angaben der Piloten unterschied sich das Verhalten des Flugzeugs in der Luft praktisch nicht von herkömmlichen Flugzeugen. Die Kontrolle blieb auch bei Geschwindigkeiten über 700 Stundenkilometer erhalten. Um die Flügelkonfiguration einzuschätzen, wurde das Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit von bis zu 250 kmh gelandet. Die Tests verliefen gut, mit Ausnahme der Landungen selbst, die sehr hart waren. Die Erschütterungen wirkten sich direkt auf den Piloten aus. Bei der Luftwaffe gab es bereits bei einigen Piloten ein gebrochenes Rückgrat. So wurde am 15. November 1947 die Kufel der Mi-163 irreparabel beschädigt, dessen Stoßdämpfer sogar den Kabinenboden durchbrach. Und damit waren die Tests beendet. Es wurden auch Tests mit einem Triebwerk durchgeführt. Der britische Pilot Eric Brown, eine RAF-Legende, der im Laufe seiner Karriere 487 Flugzeugtypen flog, steuerte einen vollwertigen Mi-163 mit Motor. Der Erstflug fand am 10. Juni 1945 statt. Laut Brown war das Fliegen der Mi-163 aufgrund ihrer einzigartigen Fähigkeiten ein Vergnügen. Das Flugzeug sprang im Flug buchstäblich vorwärts. Es übertraf die Steiggeschwindigkeit von Kolben-Motorjägern um mehr als das Fünffache, nämlich etwa 4.900 Meter pro Minute gegenüber 900 Metern. Das Dröhnen des Raketenmotors war wie das Dröhnen eines Zuges mit voller Geschwindigkeit. Interessant ist, dass eine der britischen Mi-163 Anzeichen von Sabotage zeigte. Ein kleiner Stein wurde gegen den Treibstofftank gedrückt, was schließlich zu einem Treibstoff-Fleck führen würde. An demselben Flugzeug fand man eine Inschrift in französischer Sprache. Monsieur Esten Couchemage, mein Herz ist nicht besetzt. Wahrscheinlich von einem der französischen Zwangsarbeiter geschrieben. Das Interesse an jüngsten Wunderwaffen ging schnell verloren. Die meisten der von Großbritannien erbeuteten Mi-163 wurden verschrottet und nur wenige Flugzeuge wurden für Museen restauriert. Insgesamt gerieten 5 Mi-163 in die Vereinigten Staaten. Anfang Mai 1946 startete ein B-29-Bomber mit einem dahinter hängenden Raketenjäger vom Luftwaffenstützpunkt Murrock in der kalifornischen Mojave-Wüste. Major Gustav Landquist nahm Platz im Cockpit der Mi-163. Der Start war erfolgreich. Die Entkopplung erfolgte jedoch zu früh, bei einer Geschwindigkeit von nur 80 Meilen pro Stunde. Glücklicherweise konnte die Mi-163 landen. Bei den Folgeflügen gelang es, der B-29 in einer Höhe von 9 bis 10,5 Kilometer zu steigen. Danach gleitete Landquist vorsichtig zurück auf den Boden und landete. In den Vereinigten Staaten gab es keine Mi-163 Flüge mit Raketenantrieb. Auch die Sowjetunion interessierte sich für die Trophäe. Doch in einem vom Krieg zerrütteten Land gab es einfach nirgendwo die erforderliche Menge an Wasserstoffperoxid. Daher wurde Mi-163 auch hier in einer nichtmotorisierten Version getestet. Der erste Pilot war Testpilot Mark Galei. Er war schon vor dem Krieg viel mit in Deutschland gekauften Maschinen geflogen. Darüber hinaus flog Galei während des Krieges mit einem sowjetischen Raketenflugzeug 302P ähnlich aufgebaut und ebenfalls ohne Triebwerke im Schlepptau. Der Bomber Tu-2 war das Schleppflugzeug für die Trophäe. Nach dem Start ließ der Raketenjäger in einer Höhe von 4 Metern den Trolley fallen. Als die Tu-2 mit dem Jäger im Schlepptau eine Höhe von 6000 Metern erreichte, hackte Galei das Schleppkabel aus. Die Tu-2 machte eine scharfe Kurve zur Seite und die Mi-163 stürzte in Richtung Boden, um zu beschleunigen. Dann kam es aus dem Sturzflug und überprüfte die Steuerbarkeit des Jägers. Bei einem der Flüge kam jedoch selbst Galei mit der Maschine nicht zurecht. Bei der Mi-163 wurde der Schwerpunkt leicht nach vorne verlagert, mit Hilfe von Ballast. Bei einer normalen Flugzeugkonfiguration hätte eine Änderung der Gewichtsverteilung um 2-3%, fast keine Auswirkungen auf die Steuerbarkeit. Aber bei dem schwanzlosen Flugzeug hatte Galei selbst im Horizontalflug große Schwierigkeiten, das Flugzeug zu halten. Bei der Landung brach die Mi-163 trotz aller Bemühungen des Piloten die Kufe ab. Der bewusstlose Galei musste aus der Kabine geholt werden. Der sportliche Mechaniker Scharkow konnte mit bloßen Händen die Kabinenhaube aufbrechen. Das Testprogramm wurde auf anderen Maschinen fortgeführt. Neben Marc Galei wurde die Mi-163 in der UdSSR von Jakov Wernikow, Alexander Yefimow und Wladimir Golov-Fastow gesteuert. Die Mi-163 blieb in der Geschichte der Luftfahrt als Beispiel einer herausragenden neuen Konstruktion, aber in Bezug auf die Kampfeigenschaften ein Reinfall, das gefährlicher für ihre Piloten war als für den Gegner.